Da sind wir wieder... Jo! ... 4-1. Ich fang an. Äh, ich glaub, Masu spiel ich eine ganz große Rolle. Koopa-Kommando? Ja. Hey, hey! Goomba! Goomba-Kets-Suppmein. Ja, der kommt aber kaum vor, glaub ich. Ich glaub, das ist eines der wenigen Leute, wo Goomba vorkommt. Ja, die waren in der Vergangenheit noch nicht so weit verbreitet. Ja. Ja. Stimmt, ey. Es war einfach kein Pilzwetter. Ey, krass, wie du gerade den Patzer noch aufgeblieben hast. Wieso? Dafür waren die Piranha-Pflanzen größer. Und... Äh... Tja. Naja, wie soll ich sagen? Es gab mehrere Arten von denen. Ja. Hallo. Ich hab noch geblieben. Ich hab noch geblieben. Und die Fläche am besten sieht man nicht nur noch so schwer. Naja, bis jetzt... ... halte ich mich eigentlich ganz gut hier. Oh nein. Abkunde. Ouuuuh. wenn ich sagen soll was ich war vom dienster sternkreis abgelenkt so dass du immer diese level machen wir den dingern ausweichen geschafft richtig behindert naja ich will doch mal schlafen die kommen noch mal ein irgendwann irgendwann no oh sterben komm doch runter du schüttel du bist der wiggler 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 wettbewerbs wettbewerbs wettbewerb dann wettbewerbs also die schmetterlinge doch doch bei Tetrace wettbewerbs 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 das hört sich nicht schön an. Was ist mit denen los? Ey der eine ist nackig. Ich hab keine Hose an der Schuh. Was 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 was... Was ist er denn? Du bist so kalt! Ey Lakitu. Los. Puff. Ich glaub das ist das einfachste Level im ganzen Spiel. Ja? Ja, du bist doch gleich schon am Ziel. Immer wenn ich das sage, passiert dir was. Das gibt's gar nicht, ne? Döser Zauber. Voodoo. Da war fast immer. Was, 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 ey? Warte. Ey, nach unten. Nach rechts unten. Nach rechts. Also das Schwierige ist eigentlich immer nur die Sachen da zu sammeln, dass er das so voll macht. Was sagst du, ey? No easy way. Mal gucken, ob wir Bonus-Gang machen. Ach, schade. Wann ist das? Machen wir die Welt noch fertig, oder? Äh, ne, du machst das hier noch und dann... Hä? Wie, äh? Äh, eben die Welt fertig. Ja sag ich ja, du machst hier noch bis zum Schloss und dann, äh, Schluss. Nein! Doch, dann kann ich nächstes Mal wieder anfangen. Kannst du auch sonst auch, weil du nachdem du wieder dran gehst. Fuck, ey. Fuck, ey. Das stimmt ja! Man kann's doch gerne zweimal machen, ey. Nein. Ey, das ist ein geiles Level. Echt? Ja. Das mag ich. Wie kommt das? In dem Balance. Oh shit. Ach, man muss auch noch auf die Ballons warten. Was wird das? Ich muss nach oben. Ey, wieso machst du das so behindert? Ey, weil sie... Es ist Regen, weißt du? Oh, jetzt kein Niederwehr. Ey, ich wünschte, ich hätte jetzt so'n Blasrohr. Warum bist du so gemein? Will ich das nicht immer? Guck mal, wie easy die das machen, weißt du? Wie viele Ballons wollen sie denn noch übereinander stapeln? So eine KI. Anette. 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 Das ist Trihex. Ein KI. Kein Thema. Die Stelle kommt noch, ne? Uh. Das wird hart. Was ist hier los? Koopa... Koopa... Schule. Musik. Was er macht, ey. Hey! Wie er gar nichts mehr sagt! Ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Danach bin ich ja wieder voll da, ey. Wer läuft noch mal ein bisschen locker. Kann ich nicht, ey. Als du dann noch nix gesagt, dann... Ich merke, ey. Oh. Zer kleine Knick. Vergiftete. Du entzündete, komm her. Was ist das? Warum sieht der so krank aus? Ach, ey, versuch das nochmal, ich weiß es nicht. Ja, warum wohl? Mach die ganze doch erstmal fettig! Fettig! Oh, sie ist sogar so gnädig und schießt lustige Viecher raus. Das war einfach so, um die überhaupt lachen. Wir haben von so ner Pflanze ausgekotzt und gleich in der nächsten Stunde wieder aufgenommen. Das ist ein schönes Leben. NEDO! Der vergisst dich, ey. AAAAAH! Ich kann ihn nicht. Eins, zwei, Drei. Jetzt muss ich mal daneben hauen, das ist mein Style. Na klar, meiner auch. Was ist mit der Blume? Sie ist mir scheißegal, echt. Ey, ist hier Lokomotive? Nee. Nee, aber ich komm da nicht hoch. Was? Kann übersaschen, ne? Was ist denn? Der hat sich angeschlichen gehabt. Der schuft. Der schuft. Was wird das denn jetzt? Blühtan. Ey, das kenn ich ja gar nicht mehr. Hm. Äh, das kenn ich echt nicht mehr. Was ist denn das für komische Getäuschktheit gewesen? Hast das gehört? Nee. Nur bei dir? Wahrscheinlich. Eines Tages werden wir die Welt verreisen und dann irgendetwas. Guck mal, hab ich die Blume sogar eingesammelt. Ich weiß. Vorbildlich, wie immer. Wie immer. Ey, ein Up. Oh, oh. Was hat er vor, ey? Was hat er vor? Ein Up, ein Up. Alles lässt er da. Das war ein Ei! Also, jetzt lässt er da und er lässt sogar noch ein Ei da. Na, also. Jetzt leben, ey, leben. Ich will subbeln, ey, weißt du? Ganz mal schön, dass ich dich ein subbeln. Roulette? Boah, morgen schon Mittwoch geil. Ey, subbeln. Ja, geil, Mittwoch morgen. Wollen wir auf Wochenende. Ah, ich hab keinen Bock auf Wochenende. Ach, Mann! Ja, aber du hast doch noch ne Chance. Ja. Äh, hab ich gar nicht ausgewählt. Ist doch geil. Fick dich doch, Spiel. Ey. Wie er sich trotzdem freut, ey. Wie erbärmlich. Echt? Das war schlecht. Echt, ey. Das war schlecht, Yoshi, hörst du. Oh nein, ey. Was ist das denn für ein Boss? Der Kleider. Was kommt denn als nächster Boss dann? Der Super Koopa. Jetzt ernsthaft? Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie der geht. Oh, das Level mochte ich nicht. Warum ist der so pissig eigentlich? Jetzt wird's Spaß. Jetzt wird's lustig. Ach, wird man verfolgt oder was? Und dann kriegt der... Ey, später besicht der sich den Zahn ab. Geh mal nach links. So, dass man den wenigstens sieht. Ja, danke. Die Leute wollen das noch sehen, Mann. Jetzt kannst du's richtig machen. Big Puschels Festum. Big Pief. Pididi. Was macht Sinn? Warum machst du das? Zum Aufhalten der Spannung. Ah. Weißt du, springen. Sprung, fliegen. Sprung. 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 Nein. Nicht mit mir, ey. Ey, wie auf einen. Voll gemein. Nein! Mein Controller! Ach, Quatsch nicht. Der... Der... ...verfickte. Wie hinderte. Ey, da war nix mit Controller. Kontroller. Kontroller. Das hat einfach Angst. Der Kontroller. Das hat Angst, ey, weil der so nah dran war. Der Kontroller. Der Kontroller. Eёрne. Höre. immer hinten. was ist jetzt wie jetzt ist man erst in der festung was soll das jetzt heißt es vier schlüsse sammeln und du nimmst gleich das schwierige zuerst ein instant sterben das ändert mich hier an das geht ab ja ja wie heißt denn das spiel wo man sich immer kaputt machen muss kürbis blotter ja genau so ähnlich aber ich meine das original die ganze mit der stampf abhängig machen der punkt ist das nicht break out oder akanoid genau das mal mit ja danke so und jetzt nicht zurück sind doch immer noch zwei ich verarschen wo ist denn der schlüssel egal ich weiß auch nicht mehr wie die heißen eigentlich dürften gar nicht da sein eigentlich dürften auch schei geist nicht da sein ne eigentlich alles lag kein von ward und nicht von bozo aber die haben sich mal irgendwann umgeändert wahrscheinlich vielleicht sind es erst nach joshis allen übergelaufen zu ward das kann natürlich auch sein für einen moment ich will immer was neues ausprobieren so jetzt ist es interessant das frage ich mich nämlich gerade auch mehr und so soll er ist in den nächsten gibt's doch gar nicht n das ist gut bei der Version ich finde das ist ja schon stehen die GBA-Version macht er die ganze Töne, wenn er einen Flatterflug macht und so, ja. Na, naja. Na, naja. Na, naja. Na, naja. Ja, ich... Ja, ich... Ja, ich... Ja, klar. Na, klar! Na, warte, jetzt meinte ich das anders schon. Na, warte, jetzt meinte ich das anders schon. Na, warte, jetzt meinte ich das anders schon. Na, verlieh ich doch trotzdem, oder nicht? Wie? Oder gibt's da drin entstehend? Na, ich meine... Du machst das jetzt erst mal auf. Ah. Und dann kannst du halt immer mehr Eier tragen. Ja, hier wär immer ein Safe-Punkt. Und das auch noch. Das hier ist kacke, das mache ich jetzt. Zum dummen Eimer in der Lava-Fahne. Ja, shit, ey. Brutaler Mega-Absturz. Was hat denn da Stefan gepostet? Na die nicht. Was war's denn? Und? Bald gibt's Krieg. Krieg? Ja. Sag Bild das. Ne, sag Stefans gepostetes Bild. Was? Stefan hat Angst. Was? Der wird eingezogen, ey. An die Front mit ihm. An die Front, ja. 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 Ich glaub schon, ne. Wie Kannst du's wagen? habr er es mit dem Kopf ab? Ja, sowieso. نas quag punches minds of the Trunk. Hör Which things Mil silver's magicophしょう. Wach? Wacht der nicht gewinnt? Hoah. Has es denn gew tremn, ne? Na, taaaradoRie Doaaaar! Yes. timed熊 guy's magicoph violate, Nein, ich wollte doch essen, ist doch egal. Ist doch egal. So schwer war das hier doch ich nicht. Wer sind das für Leute? Wie kann man einfach essen? Wie behindert? Einfach. Boah, wie mich das verwirrt. Diese 3D. 3D, 3D! Hemre! Da kommst du nicht hoch. Das ist schon ein geiles Schloss. Na, schade. Du wählst die haben? Oh, das ist aber jetzt ganz knapp gewesen. Das ist ne scheiß Schlüssel. Das ist ne gute Frage. Nicht hier. Ich wollte da irgendwo bei den Stachen verstecken. Nein. Nein, meint's nicht? Nein. Ich hatte echt schon eine Sekunde Angst. Das können wir doch gar nicht machen ey. Das wäre ja wirklich asozial. Das sind nur Puschels. Big Puschel. So, haben wir jetzt alle Schlüsse? Nein. Echt? Einer fehlt noch? Links oben, oder was? Wie komme ich denn jetzt wieder nach Hause? Ach da. Ich denke mal, du musst da rein. Nichts oben, oder was? Ja. Ich dachte, das hättest du schon gemacht? Nee, da hab ich doch für die Schmeren erstmal ausgesetzt. Ja. 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 Das geh ich nicht. Ich frag mich, wie die Leute hier überleben. Ja, echt? So eingemauert. Die werden eingemauert vom Architekten her und dann wirkt bedrohlich, wenn Yoshi vorbeikommt. Ja. Wahrscheinlich essen die ihre eigenen Kinder. Mhm. Pflanzen sich fort, da oben. Und essen weiter. Und irgendwann können die halt nicht mehr. Sind ja doch zu alt und dann essen die Kinder die Eltern. Das ist aber schon traurig, tragisch. Ja, das ist schon irgendwie brutal, auch Anna. So wird das Überleben dieser Rasse gesichert. Wie, das war's jetzt? Hier ist der Schlüssel drin, oder was? Nee, ich glaub nicht. Da geh einfach mal nach, Jumu. Ich-schäusche Sterne, denn. Ich war's jetzt. Ja, schade. Boah, jetzt ey. Boah. Ja. k jetzt ist besser drauf richtig gut heute ist ein guter Tag gehen wir auch noch mit, ne? Achso, jetzt bauen wir noch nicht der Schiff was ist das? Ey, die Kakteen Oh, da kommst du nicht rein Bullshit Wie die Blase einfach zuvür kommt, ich fass es nicht, ey, das ist doch richtig wegener Die Blume Geschafft Die Blume, hab ich gesagt Das wär wohl ruhig, ey Scheiß auf die Blume, ey Oh, endlich geschafft, ey Das wär wohl mehr als ein Video Nö Ne Wird hier noch im Rahmen Ich wollte immer ein Video für eine halbe Welt Was ist bei dir noch bei dir in Style? Dann werde ich gleich mich mal bemühen Äh Oh, zwei Stunden am Stück Für die eine Hälfte zu Blockbuster, weißt du? Ja, Blockbuster Mit Überlänge, ey, da müssen wir unsere Zuschauer noch draufzahlen an uns Und wir machen Pause in der Mitte Ja Gibt's erstmal Eis Eis? Jemand Eis? Kommt erstmal diese Langnese-Werbung Ja Und dann weißt du schon, der Eismann kommt, ey, weil's da dreht schon Wie jemand Eis? Und dann alle so, nein Na ja, ein paar gibt's ja doch, ne Ja, aber kaum einer Ja Muss man jetzt einfach nur die Stampfattacke machen, oder? Ja, das ist eigentlich Weißt du, das ist richtig anspruchsvoll Boah Das ist aber nicht gerechnet Oh, das ist lame Okay, der Flosch war jetzt auch nicht so'n Pumpe Wer macht die mit Eier kaputt? Was? Was? Stryhackste Muss man Muss man nicht Also im Speedrun, meine ich Ja, damit die Woho Alter, er freut sich auch so, weiß Ey, danke für die geile Fahrt Ey, boah, übel Boah, wie ich ihn einfach esse, weißte? Das halte ich davon Die geile Gesichtsausdruck Ja, ja Die sieht aber nicht so gut Das was Äh, äh Boah, ich glaub, das ist Ne, heißgol ist nicht, oder? He, das ist mit 60er Über so'n die erste Level, ne? Biolette Lieder So, dann bin ich jetzt noch Schnitt erstmal Bis zum nächsten Mal